Das Klassenfahrt, oh yeah, damn. Frau Bras Lieblingsspielzeug. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, Frau Bra, was ihr Lieblingsspielzeug ist. Wahrscheinlich ist es eine Minecraft Pickaxe, oder? Da habe ich auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall extrem Interesse dran. Ja, bin ich mal gespannt, Frau Bra, was uns da jetzt erwartet. Ich werde gleich von Fatima meinen Lachs buttern lassen und beim Zuschauen wirst du eine Menge lernen können. Der Lachs, der gebuttert wurde, Alter. Für dein späteres Leben auch. Es ist so cringe, es ist so cringe. Ich werde gleich von Fatima meinen Lachs. Warum heult er jetzt? Irgendwas heult er. Ich habe irgendwas verpasst. Warum heult er, Leute? Warum ist er im Heulen? Das ist wirklich das schlimmste Tag meines Lebens. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Fatima ist wirklich das Allerletzte. Das hast du Besseres verdient. Du bist so ein toller Junge. Nein, ich werde nie wieder so ein Mädchen finden. Ah, wegen Fatima. Weil Fatima ja gerade mit dem Typen den Lachs am Wegbuttern ist. Ist es deshalb, ne? Ja, Bro, wenn dein Lachs nicht so gut schmeckt, wie der von wem anders, dann hast du wohl da einfach reingeschissen, Bro. Lorena, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Frau Brasch holte mir 1000 Euro und ich werde sie mir noch heute holen. Ah ja, okay. Was ist dein Plan? Schau mal, das ist ein Lageplan. Und hier ist ihr Zimmer. Kannst du mal kurz aufhören zu heulen, bitte? Ja, die will der einen rechten Mann und was klauen. Endlich mal eine vernünftige Storyline hier und du machst es wieder kaputt mit deinem Rumgeheule. Ah, er enjoyt gerade. Er enjoyt gerade Company. Er macht auch mitleidsmäßig. Er will den Mitleidsfash. Schön, dass du für mich da bist. Ich bin immer wirklich da. Ich werde nie wieder eine Freundin finden. Doch. Und ich hätte da sogar, glaube ich, eine Idee. Yeah! Things that never happened, Leute. Ich sag's euch, die Frauen, die euch zuhören, wenn ihr heult, und nicht die Frauen, die später mit euch knutschen, das sind Freundinnen, das ist was ganz anderes. Da kommt jetzt auf jeden Fall die Friendsong heute. Wie gefällt es dir jetzt? Das ist ganz schön bei mir. Das ist auch ein leckeres Bier, muss man nur sagen, wa? Jungs, unangenehm. So lecker ist das jetzt auch. Wir trinken die kleinen Brüder von Jonas. Warum? Guten Tag. Das ist meins. Also ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass ihr auch noch Bier trinkt. Das ist mein 19. und ich mach auf, weiter. Ganz genau, Junge. Kipp dir rein, Alter, ja? Sei mal standhaft hier, du kleiner Mann. Wie bitte? Das ist ein 19. schon? Das ist ja, also ich hab ja auch schon zwei, aber ich fühl mich auch schon leicht alkoholisiert, wenn ich das so sagen darf. Was bist du denn für ein Lappen? Ganz genau, Alter. Jetzt wirst du erst mal von 10-Jährigen zusammengeschlagen. Richtiger Lappen ohne Witz. Als ob die jetzt so die neuen Kings sind in der Schule. Das sind einfach so kleine, das sind einfach so kleine Jungs. Junge, G-Time, G-Time, add it again, Jungs. Ey, könnte ich dir mir mal eine Frage? Wie kann es eigentlich sein, dass du solche Ehrenbrüder hast, aber selbst du ein fucking Opfer bist? Ja, Mann. Wie ist es möglich? Ja, Opfer bin ich ja auch mal. Keine Opfer, ich bin ja cool. Wer hat die Liegestütz-Challenge gewonnen, hm? Ja, du bist einfach nur fett. Weißt du was? Deine Mutter ist fett. Nimm das zurück. Nimm es zurück. Danke. Oh mein Gott, Jungs, jetzt geht G-Time aber ganz steil, Digga. Der bricht ihm jetzt erst mal die Nase auf, ganz entspannter Basis. Muss einen ehrlich sagen, also er trägt sehr viele teure Klamotten hier, der Boy. Ich weiß, ob das zur Rolle gehört oder ob das wirklich sein privater Kleiderschrank ist. Aber teure Klamotten, Junge, sind nicht alles. Also wenn das nicht zueinander matcht und es sieht einfach nicht geil aus, muss ich an der Stelle einfach mal kritisieren. Da muss ich mir die ganze Zeit verkneifen, es gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Nimm es zurück, du Schlegel. Nimm das zurück. Nimm es zurück. Ich habe es nicht so gemeint. Nimm es zurück. Also als mein erster kleiner Bruder geboren wurde, da war mir schon klar, dass ich irgendwann die Vormachtstellung verlieren würde. Aber das ging dann irgendwie schneller als gedacht. Die Vormachtstellung, Digga. Er kommt hier mit militärischen Begriff um die Ecke innerhalb der Familienhierarchie. Ganz genau. Da hat er mich dazu gezwungen, ihm seine Windeln zu wechseln. Das war eine echt harte Zeit. Es ist echt anstrengend, so einen Laucher als Bruder zu haben. Als er vor einem Jahr seinen ersten Kuss hatte, wurde ich schon zum vierten Mal Vater. Dauert es. Junge, wie sie einfach Monte-Videos gucken in der Schule, Digga. Das war wirklich genau die Zielgruppe, Alter. So eine Klasse mit solchen Charakteren, die schauen sich das dann abends im Bett auf der Klassenfahrt an. Alles hier auch laufen lassen. Ja. Hey. Oh nein, jetzt kommt wieder diese andere Lesbien-Vibe. Geht heute gar keine Party hier? Nee, heute nicht. Wieso kommt die einfach in dieses Haus rein? Die wohnt in diesem Dorf. Das ist einfach so ein Haus in dem Dorf und die kommt einfach rein und fragt, geht heute eine Party? Ich meine, wir sind auf Klassenfahrt und wir können nicht jeden Tag feiern. Doch, das ist eine Klassenfahrt. So funktioniert Klassenfahrt. Ich habe aber jetzt extra den Korn mitgebracht. Perfekt, einfach nur den Korn. Was mache ich denn jetzt? Setz dich zu mir. Wir können auch zusammentreten. Echt? Oh, gerne. Es ist so klar, es muss wirklich in jeder, in jeder, in jeder Scheiß-Daffel muss es diese seltsamen Lesbien-Vibes geben. Und ich gette nicht, warum. Also das ist ja genau, wie ich schon gesagt habe, so stellt sich ein 10-jähriger Klassenfahrt vor, wisst ihr? So stellt sich ein 10-jähriger Klassenfahrt vor und denkt sich so, ja, ich sag mal so, also auf einer Klassenfahrt, da macht man mit der Lehrerin rum und da macht natürlich auch zwei Schülerinnen miteinander rum, die gut aussehen. Genau so sieht es aus. Ja. Schön den Korn pur reinkippen. Sau clever, Alter. Jetzt ist Frau Brater drin, bestimmt nach Wichsen oder so, was ich sag's euch. Verliebt. Ganz vorsichtig. Wo sind meine 1.000 Euro? So, ich übergehe, ich mach jetzt hier ganz was im Überfall. Wo sind denn meine 1.000 Euro? Und das ganze rumgetrampt auf dem Paket hat Frau Brase sicherlich nicht gehört. Aber ihr veröffentlicht das nicht, oder? Doch, das ist ein Kamerateam, die veröffentlichen alles. Das muss ein Geheimnis bleiben. Wo sind sie? Im Koffer der Lehre, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Musik. Dafür hat sie Lageplan gezeichnet. Ja, ja, richtig, genau. Für was, Alter? Also ich find dich spannend. Ja. Und ich find's auch super, wie du im Biologieunterricht immer aufpasst. Ja, und trotzdem ärgere ich mich total, wenn du in Pflanzenlehre bessere Noten bekommst, seit ich. Pflanzenlehre, Lack, seid ihr auf Hogwarts oder was? Was talkst du da? Dieses Schulfach gibt's nicht. Pflanzenlehre, sagt sie. Ich hätte vor, bei Frau Bram im Koffer war einfach so ein zertrennter Körper oder sowas, so 20 Kilogramm Koks, was ganz anderes, als man erwartet hätte. Ich hätte da eine Frage. Hättest du vielleicht Lust, mit mir heute Abend unterm freien Himmel zuzuschlafen und unter dem Stern? Schau, die geile Idee, mitten im März unter freiem Himmel zu pennen, ist sicherlich nicht kalt, brau, macht, Günd. Mein Gott, Georg ist so ein herzensguter Mensch. Ich mein, natürlich hab ich Lust auf ein romantisches Mondschein-Date, also eine Nacht unter freiem Himmel, unter den Sternen. Hm? Also ich hätte auf jeden Fall eine Idee, wie ich dich aufmuntern könnte. Also die waren jetzt so, die haben jetzt seit 20 Minuten gesessen und haben die ganze Zeit nichts gesagt und sind immer noch am Thema, wo sie eben waren. Ah ja, auf Berlin Tag und Nacht, Zeitstrahl angelehnt. Aber du musst an der Selbstbewusstsein arbeiten. Und du musst Fatima zur Rede stellen und fragen, ob sie auch Gefühle für dich hat. Okay. Okay, das werde ich direkt morgen machen. Aber was hast du denn für eine Idee, um mich aufzuhaltern? Na, was fehlt dir denn? Na ja, eine Freundin eben. Richtig. Und deshalb habe ich hier mitgebracht für dich die Katja Krasa mit Sexpuppe und rein in die Eure. Let's go! Oder das Kuscheln und ein Kuss. Ich will mich einfach jetzt davon ganz stark distanzieren und möchte nicht, dass es jetzt hier an der Stelle weitergeht. Jetzt kommt ein Zwerg rein mit der Axt. Oh, wir spielten da ein ZLA. Was ist das? Jetzt ist Sportsback, Alter. Geile Kerre, Alter. Ich würde sagen, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. War eine coole Zeit, immer so. Brüder, Mensch, ich dachte, ich würde sagen, ihr kommt jetzt gut nach Hause. Wir sehen uns ganz bald wieder. Oh, fuck! Frieden, Frieden. Frieden, bist du sicher? Ja, natürlich, ich finde das denn. Okay. Aber es ist kein Problem. Das ist eine Hülle von Rhino-Shield. Was ist das? Also, er kann nicht kaputt gehen. Ah ja, aufs Setout angelehnt, die kleinen Brüder. Interessant. Rhino-Shield-Hülle, ihr seht, das Handy ist noch ganz, gar kein Problem. Ja, krass. Also, ich würde sagen, macht's gut, oder? Bis dann. Ja, tschüss. Oh, Mann. Macht's gut. Ich freue mich schon, euch wiederzusehen. Ja. Bis dann. Oh, diese Sechszylinder. Ich war früher nie abgeholt. Ich war früher nie abgeholt. Bis dann. Unangenehm an der Stelle. Sag gerade, wer ist das denn, Alter? Das war Frau Bra. Hallo? Der geht so raus, sieht die die ganze Zeit, ich rede zwei Minuten mit seinem Bruder. Plötzlich merkt er, ah, da sitzt meine Klassenärerin heute. Moment mal. Hey. Hey. Was ist denn hier los? Ach. Hey. Ach, keine Ahnung. Die Trennung macht mich echt zu schaffen. Oh. Natürlich, klar. Natürlich. Also, es geht dir nicht so gut? Nein. Es ist halt einfach, weißt du, es ist so schwer, weil jeden Tag fragen mich alle so, wie es mit ihm läuft oder wie es mir geht, weil halt so viele noch nicht darüber Bescheid wissen. Ja, klar, klar, klar. Und? Wie läuft's denn? Frau Bra, ich hab's Ihnen gesagt, wir, also. Nicht gut, oder? Ja, wie soll die Trennung so laufen? Es ist scheiße. Ja. Aber. Ja, gerade wenn man die Person geliebt hat und man sie nie wieder sieht und es vielleicht der einzige Mensch war, der einen jemals verstehen wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das großartig weiterhilft, Bro. Das ist auf jeden Fall an der Stelle vielleicht ein bisschen too much. Ähm, Mom? Also, ich denke, dann kann es einen besonders verletzen. Ja. Ja, aber. Naja, es sollte einfach nicht so sein und ich glaub schon, dass der Richtige eines Tages dann kommen wird. Die Richtige? Deswegen. Ist ein Schüler, ne? Weißt du Bescheid. War das, hat sie gesagt? Deswegen. Ja, eines Tages dann. Also, ich denke, dann kann es einen besonders verletzen. Ja. Ja, aber. Naja, es sollte einfach nicht so sein und ich glaub schon, dass der Richtige eines Tages dann kommen wird. Die Richtige hat sie gesagt, oder? Frau Bra. Äh, Entschuldigung, aber. Deswegen. Ja, das ist deine Lehrerin, Alter. Das ist deine verdammte, das geht so nicht. Ne, der. Ne, das ist ja sie. Der hat sie. Der, die. Ich weiß es nicht. Aber wusstest du eigentlich, dass morgen die Klassenfahrt woanders weiter hingehen wird? Alles klar. Ne. Nein. Nee, also, nee. Es soll eine Überraschung für euch sein. Morgen früh werden wir abgeholt und dann machen wir uns allen einen schönen Tag. Das ist cool. Das muss ich den anderen sagen. Sollen wir reingehen? Ja. Ja? Bitte. Okay. Es ist echt kalt hier. Ja. Ah ja. Also, ich nehme den Arbeiter. Was schaue ich mir hier an? Auf. Leute, es ist wirklich jeder schlechte Porno in der Nutshell, Alter. Ehrlich. Oh mein Gott. Kann ich dich was fragen? Klar. Hattest du schon mal einen Freund? Also, nicht so richtig. Ich hatte zwar mal was mit einem Jungen, der hieß Joost, aber ich hab da halt nie so was richtiges gefühlt bei dem und geliebt hab ich ihn auch nicht. Und du? So ist... Also, körperlich hatte ich natürlich schon was, aber so richtige Gefühle waren dann nicht dabei. Hat die nicht in der... vor drei Folgen noch dem anderen Typen einen geblasen, weil sie den anderen Typen haben wollte oder hab ich da irgendwas verpasst? Okay. Und hattest du vielleicht schon mal was mit einem Mädchen? Ah ja. Krass. Den hab ich auch. Was ist das? Ich weiß es nicht. Und was macht das in Frau Brass' Koffer? Wow. Wow. Was suchst du in meinem Zimmer, Lorena? Ich will meine 1000 Euro wieder haben. Du kannst nicht meine Sachen durchsuchen, Lorena. Das geht nicht. Ähm, ja. Also, jetzt an der Stelle weiß ich jetzt auch nicht weiter, was... Wie könnte es jetzt weitergehen? Schreib doch mal Möglichkeiten in den Chat. Das geht wirklich nicht. Ich werde nur sofort aus meinem Zimmer rausgehst. Wirklich. Darüber werden wir später reden. Diese Lehrerin... Also, hat ja nie Konsequenzen für ihre Schülerinnen und Schüler gemacht, sondern sagt immer, wir reden später darüber und es kommt später nicht zu diesem Gespräch. Also, irgendwie als Pädagogikpersonal wirklich nicht so geeignet. Und ich werde deine Eltern anrufen. Mir reicht's. Ja. Oh Gott. Das ist ja so peinlich. Dass du die mitgenommen hast. Ich verstehe das. Ich dachte, in dem Koffer wären vielleicht meine 1000 Euro drin, aber nicht sowas. Und ich wollte auch echt nicht in ihre Privatsphäre eingreifen. Du hast dir was ganz anderes eingegriffen. Das ist mir jetzt auch echt unangenehm, aber... Wow. Wow. Ich hab 100 Likes mit. Nein, ich werde euch nicht zeigen, was man alles damit machen kann. Und jetzt... Gute Nacht. Ah, ja. Okay. Ah, ja. Was kann man damit... Ja, gut. Das ist ein Mixer-Küchengerät, sehr zum Kochen. What the fuck? What, what the... It's my heartbeat wanna rush. Can't believe that I'm the lucky one. Also. Wir haben sich jetzt einfach wieder Sanfüden so unangenehm angeguckt. Genau. Ich hab dir ja schon von der Idee erzählt, wie du selbstbewusster werden kannst. Schließ mal deine Augen. Ich glaub, du bist bereit. Okay. Jetzt gibt's Pfefferspray. Du kannst nach der Klassenfahrt gerne bei mir einziehen. Dich dann da auch ausziehen. Eie. Du machst alles kaputt mit Stanley. Zu wild, Leute. Also, da ist GZS dann wirklich der Narr dagegen, Mann. Das ist wirklich zu wild, Leute. Da bin ich an der Stelle wirklich massiv, massiv, ja, massiv begeistert einfach von dem, zu dem tollen Storywriting. So.